jetzt in diesem sinne hallöchen und herzlich willkommen zu einer netten runde league of lörder mit dem deri alias ja so und dem rocco mit der jana und ich selber mit der weine mit der weine wie man jana spielt konsequent ohne elo ich habe ich habe gerade eben gegen es wie gespielt und er hat einfach mal elke geballer verbot lade war ich schalte ich will ja der rost dieses bankrock jesus ist nämlich da ich nämlich dann in kuschelbock jesus und der boy der nix kann mit dem selber hier spielen sollen ab ab tristana mit soll ich so anfangen was meinst du ja natürlich scheiße scheiße hat alter ja macht das macht das report ich trotzdem mit genau mit der anzeige was cool ist was du nicht kannst schakko macht mit ja bitte mal zeigen immer noch schnell von da nach da kommen flächen nein ich bin schon drüben der report ist raus wir wollen ihn gar nicht machen oder habe ich eigentlich gar keinen bock drauf der weg richtig lcs lcs kreisliga ja die lcs hat angerufen ich werde jetzt neuer sap bei elements habe ich mir überlegt hier ist euer sublimiter aus nordkollil nordkollil du bist kim jong diri das erste gibt ja sonst keins ne ich glaube du würdest sein kopf so ein bisschen verlieren wenn in nordkorea ein e-sportsteam machen willst wusstet ihr eine schule in schweden bietet jetzt e-sports als fach an ja 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 haben wir alle schon gehört ich bin rock und bin richtiger medienschwuchtel medienschwuchtel ja genau das habe ich gesehen gerade ja und deri ist kacke was soll er bitte ne medienschwuchtel ey 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 jemand der in den medien homosexuellen support aller zeiten das meine ich wie ich es gesagt habe weil ich jetzt flash ne das meine ich wie ich es gesagt habe aber rocco ich meine ich bin wenn du bist du das kann ich nur gut ausgehen positioniere ich einfach nicht in der nähe von wänden und alles gg guter schild masteries level 5 meine freunde so sieht das aus mit jana schläge das ist das im main warum spielt sein ich kein terry kann sag mal ja ich muss ja genau hier hat meine minions nicht an helfen hilft mir einfach nicht zum glück bist du so ein progen ja ich merke das schon na poppy hast du bock geiler schild poppy geil kann man machen würde ich an deiner stelle auch so viel wenn ich du wäre wird das machen ja gut damit genau das wollte ich ja noch kommen immer motiviert geil immer mehr schauen geil ja einfach in der mini wave boah gefistet alter nice danke für den schild rocco ja weil du ihn nie benutzt wenn ich ihn brauche sondern immer dann wenn mich keiner erzeugt hey aber du hast den kompletten schild aufgebraucht so ist nicht ja danke rocco mein glück bist du immer ja ja ich wisse dich gleich ich meine ja 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 amass hältst du jetzt eine fresse immer diese jana main so toxisch das geht ja gar nicht das ist immer so ne also jana main für wirklich das letzte an toxik champion so kenne ey ja weil du keine jana main kennst alter ich kenne keine bitcrank main woran mag das wohl liegen ja 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 hat er schade schade ja ist ja egal der ist ja der tut das war deris taktik der wollte sterben damit er dann nicht mehr an estree kommt wenn der gerade um geht ja genau das war auch eine taktik passt Was macht denn da Botlin? Feeden, siehste doch. Wie Feeden. Warum ist Poppy schon so verdammt tanky, alter? Die hat Grund-Tank. Ich bin grad ein bisschen hype-bang, aber das macht ja so erstmal nichts. Ja, ich auch, man. Das ist der Server, bin ich mir sicher. Nö, nö, ich hab mal lagst. Ah ja, ich hab eigentlich eine 40er bringt. Nutz das Internet, ich hör dem Shane, ey. Deine Mal-App wieder hoch. Ja, hier vorne. Brazzers. Oh, ne, du bist wieder lange nicht. Hilfe! Rokum! Rokula! Die Poppy burstet, alter. Die Poppy burstet echt heftig, alter. Ich weiß, dass sie jedes gemacht hat. Poppy Support ist OP. Wieso spielst du sowas nicht? Weil Poppy geiles? Weiß ich nicht, Poppy ist nicht gespielt, aber hätte ich das gemacht können. Ja, eigentlich schon, oder? Nein! Boah, Derry. Der streckt einfach zu stark. Naja, jetzt ist geplietet in der Mitte, alter. Die Midlane, die zackt wieder rein. Die Midlane. Die Midlane. Die Midlane. Ja, ich weiß schon, alter. Ja, Cryder schon, scheiße. Ah, der Qualle, ey. Ist am, ist am Cry'n. SS! Oh, was? Er ist weg. Wow, das war eh gleich die Ult, weg. Phil? Schako, mach ihn doch! Schako! Ja! Nein, RIP. Wer hingegangen. Er hat zwei. Okay, er hat die Ult ist, die Ult ist raus. Der Boy ist safe. Ja, mach ihn. Schako, do it. Good job. Und da, danke. Do it for the people, Schako. Do it for the people. Well played. Da war der Rocco. Skill. Ich hab ihn auf Bad. Ich hab ihn auf Bad. Das erste Mal, dass ich sehe, dass du irgendwas Gutes machst. Und ich hab's auf Bad. Das soll das letzte Mal sein, Alter. Ich weiß. Dann hab ich mich ja so froh, dass ich aufs Band hab. Ich war ihm grad zu. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ihr müsst bedenken, Rocco spielt sonst Taric. Und wenn ich Taric sage, mein ich nur Taric. Der einzige Support. Und Ash. Ash auch noch. Das heißt, Taric hab ich dieses Punkt irgendwie 40.000. Auf Ash hab ich 210.000. Nein, ich mein, der einzige Support ist Taric. Muss ich jetzt noch mal neulich gestalten. Hey, Grusel Pepper auch. Ja, guck mal der jetzt halt. Edward heißt der. Der hieß vorher. Nein, der hieß. Ich mein jetzt, dass der einzige Support ist, den du spielst, mate. Oh, Derry suckt wieder rein. Derry suckt wieder extrem rein. Man könnte ihn auch den Boy, der extrem rein suckt. Echt? Ich bin mal kurz weg, ey, ganz. Er war früher bei den Sucker Boy. Ja, die Sucker Dogs hießen die. Derry war ich bei den Lemon Dogs und bei den Sucker Dogs. Ich lege, ich lege. Uh, sexy. Ich komm nicht an den Farmen, weil dieser hässliche Poppy mir die ganze Zeit auf den Sack geht. Ja, das war eine Kombo. Brocco, engage. Ja. Warum die mich hier einfach befistet? Ja, verstehe ich. Aber ich ist auch nicht so ganz verstanden. Aber. Mir ist halt egal. Hauptsache. Du lebst noch mal wieder. Ja, richtig. Ist schon lange her, ne? Ja. Ja. Ich bin der mit 6, also Terranty könnten wir jetzt. Ja. Nein, ich wollte ja. Mhm. Hast du Ulti wieder ab? Geil. Nö. Ich hab mich gebetet, ja. Der kapiert. Hat er den Schild? Blau. Ja. Ja, mate. Immer dann komm ich nicht in Range. Ich wollte ja auch nicht queuen, weil dann hätte ich mich viel in die Wand gehauen. Der will schon kommen, den Nyx. Oh, das ist der Schakolade-Gang. Das ist trotzdem Fizz. Jetzt hab ich keine Legs mehr perfekt. Boah, dieser Damage. Boah, wie die alte Helste. Ja. Scholz. Du bist alleine ein bisschen hören, ne? Ja. Beber? Nix hält mich an. Nicht alle root, nixensu. Ja. Ich weiß ja nicht, womit der da gerechnet hat, aber das war ein bisschen off heel. Poppy ist an der Wand, ne? Nein, Mann! Eise. Der war so easy, und dann... Well plöp, Babies. Vorsicht, Wully, wer kommt. Soll er machen, wir sind hier zu dritt. Soll er sich trauen, der Junge, dann gibt's doch die Fresse. Dann verarbeite ich den zum zweiten Tippers, mein Freund. Dann kommt der nur noch, wenn ich ulte. Wenn du von Jesus geflamed wird, dann wird der Scheid. Von einem der beiden, wir haben ja zwei, denkst du ja dran, ne? Kannst dir einen aussuchen, also. Oh, kannst du einen aussuchen, Alter. Okay. Wow, der Typ ist echt Jago-Main, man merkt das. Ich glaub mir, ne? Traurig genug, äh, Jago hat mich geholt. Ja, der Fist, der hat schon eine richtig gute Heidens, ne? Mit Spiel 2. Ja, was willst du auch... Das soll man so machen, Alter. Deshalb lass ich Derry auch eigentlich nie in die Mitte. Ja, genau. Aber wenn ich AD Carry spielen will... Ja, ja, aber da bist du auch, da fielst du ja auch rein. Nachher hätten wir einen Spielt mit Papi. Nee, 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 genau andersrum. Da fielen die mich rein. Ja. 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 Ja, weil der Estree so dumm ist und die ganze Zeit reingeht. Boah, ja, mein... Ja, wie immer mal gegeben. Hm, der Damage ist okay, ne? Aber nur mit Thunder, Leute, sonst kannst du das komplett vergessen. Was hab ich denn? Alter. Ich finde, ich war laut, ob AD Carry kaum noch. Ja, aber auf Vane... Auf Vane... Keine Ahnung, ist das irgendwie geil. Auf Vane macht das Schaden. Boah. Schöner Tornado. Cool, meine Wins. Mein Windblast. Geiler Award, by the way, von mir. Na ja. Boah. Okay. Kräft Kappa. Alles klar. Juhu. Lass dich doch mal wieder alleine, ne? Oh, komm. Warte noch kurz, die Wave, die müssen wir noch machen. Ja, rock, rock. Jetzt geht der andere Länge. Na ja, jetzt... Schön. Du musst das machen. Geil, jetzt können wir back in. Ich will, aber... Oh, wir müssen helfen. Ah, Rokko, Rokko. 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 Boah. Hat Porcel. Ah. Boah, macht er ein Schaden. Tornado. Got it! Neh, einfach 360. Boah, der SW macht Schaden. Boah, mit Verhandleds macht er Schaden. Well played, Rokko. Er meinte l küç, ja ok, kann sein, aber... Oh i mean, mlle. möglich ist alles habe ich gesagt naja ich meine hallo ich habe meine schlechten farben gehen alter wenn sich das poppy mit auf die die eine heilige skin das noch poppy spiel poppy lollipoppy viele regt doll poppy alles beauty skins ich hab kann man tun ob die ich habe gar keine poppy poppy das war ein fehler ok ich hab noch heal warum müsst ihr ja nochmal reingeln, die war doch safe ja die war echt da kommt Wollebear ich hab Coin mittlerweile von der easy weg ok ja ich hab auch noch eh also wenn er angerannt kommt eigentlich geht ja alles jennert momentan hier ja ne frost queens frost queens aber ich hatte frost queens jetzt mal weg boah macht der damage ja die halt noch ne ja wenn er so ihr wüsste das nicht loben ich weiß nicht wie meine wirbelstimme setzt aber die sind echt richtig besoffen drin ja man ja man warum trifft nennt der immer so frist immer so free meine oder jetzt meine 3 ich verstehe das gar nicht wer ist das wer ist ja 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 gar kein problem ja 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 und Come on. Oh geil, ich komm wirklich durch Poppy. Okay, sie hat mich gegnitet. Ja, wie wir hätten. Wir hätten abhauen sollen. Also ich hätte die Wirbelstuhr besser gesetzt, als ich flay. Naja. Du bist halt Janna May, du musst sowas halt auch nicht können, ne? Na hoi gehst du, ich bin halt wirklich Support, Janna May. Das ist dann wirklich traurig. Ich fied mich hoch, Leute. Geil, jetzt hast du 1-Kills, fied mich hoch. Feier mich. Okay, alles klar, soviel zum Thema Schock ist gut. Wir hätten den Typen einfach am Kreuz lassen sollen. Da, wo er safe war. Was macht halt, guck, was macht die Prada-Handtasche auf meiner Lane? Kack ab, Junge. Sonst gibt's den Report direkt hinterher. Gebt ja nicht. Was bildet er sich eigentlich ein? Sei froh, dass ich meine nächsten Stiefel draus mache, Alter. Oh, 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 oh. Es hätte er es gehört. Mach dich wohl weg von meinem Farm, du. Ich hasse diesen Fits, ne? Ich hasse den auch, Alter. Ich nenne immer Cotton Fails. Ich nenne immer Handtasche. Handtasche. Daneben! Es fühlt sich an, als ob ich innerlich verbluten würde, jetzt mir herzhaft. Oh, Junge. Ich wusste raus. Geht's weg. Da hinten achten sich. Ich glaub raus. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber warum hab ich eigentlich zwei Schlüsse und du eins? Weil du mir grad schon gegen gesielt hast. Den SG hat ich safe, Alter. Und du musst dann einen Auto-Hit drauf machen. Du Lappen, Alter. Du hast mich verflüchtigt, ey. Ich mein, ne, gibt dem Hypercarry halt keine Kills, ne? Versteh ich nicht. Du bist Gozu. Du bist Gozu, das war? Ich bin Gozu, Alter. Gozu, Alter. Ja, Mann. Der mit seinem, äh, mit seinem Drunk-Stream, ey. Der hat nicht mal gecheckt, dass er Penta hatte. Der hat nicht mal gecheckt, dass er seinen eigenen Selbstmord angekündigt hat. Ich weiß schon. Ist aber nicht passiert, glaub ich, oder? Ne, ne. Er hat sich entschuldigt dafür, dass er das halt noch nicht machen wird. Also er hatte das halt wirklich vor, ist das Saddle, ne? Boah. Ja, er hat halt wirklich sowas. Richtig. Ja. Der Penta aber muss noch nicht reden. Das sind irgendwie private Probleme mit sowas beschäftigen. Und gern. Ja. So was sollte man vor allem nicht auf YouTube-Preis geben, finde ich. Oder im Stream. Ja, ja. Poppik, keine Ultimate mehr. Da kann man sich auch noch ne Erklärung dafür geben. Das find ich okay. Ne, aber ich mach ja eben, er hätte davon halt einfach nicht reden sollen. Das ist halt einfach das Problem an betrunkenen Streams und so. Ja, betrunken kommt auch an, wie du drüber reden kannst. Also, was für ein Grad. Ja, generell, ich finde das halt nicht gut. Das stimmt schon. Kann ich bestellen. Fist halt schon wieder Midlane, äh Botlane mein ich. Again. Ist halt ein bisschen scheiße gerade. Fist hängt die ganze Zeit hier. Also ich glaub das war das zweite Mal. Dritte Mal. Dritte Mal. Dritte Mal. Mhm. Ja, weil ich versteh das halt nicht dafür, dass der so heftig gepusht ist, damit er die ganze Zeit abbauen kann. Ja, ist doch gut gegangen. Ja. Okay, Botlane ist weg, das sollte weggehen, oder? Ja. Ja. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Ja, jetzt, jetzt. Ja. Ja. Ja, würd ich auch machen. Ich würd hier, ja, hier rüber, wo du halt gehst davon. Aber die gehen einfach weg. Wollen wir einen Drake, oder so? Ja, die machen einen Drake. Die gehen auf den Drake. Sollten sie zumindest. Ja. 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 Ich hab eigentlich nur, äh, eine Waffe geguckt. Das war's. Tatsächlich guckst du Eis ohne Waffe? Ja. Finde ich interessant. Ich hab schon viele Leute gesehen, die meinten, der wär scheiße. Naja, den hab ich noch nicht gesehen, so kenne ich ihn nicht. Der ist so ein bisschen ein bisschen gutmensch. Ach, gutmensch, okay. Gutmensch muss es aber auch geben. Ja, muss es. Weil, bösmensch, oder so was, was die Leute einfach viel eher sehen wollen. Einige finden ihn ja langweilig. Ja, viele kritisieren den ja auch, dass der in der Analyseecke ist, oder so. Vorsicht. Naja, ich will die nicht machen. Ich mach's weg, ich mach's weg, ich mach's weg, ich mach's weg. Ich hab gesagt, weg das, die ist hinter euch. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ja, ich will euch nicht tot sehen, ne? Der Mittauer ist weg. Aber jetzt über die, ja. Die sind echt bescheuert, ne? Guckt euch mal an, wo ich bin. Aber wir haben jetzt dickstens Haze rausgehauen hier, ne? Ja, mate, was soll ich denn machen? Drei Mann? Schon klar, das ist aufgefahren. Ja, what the fuck. Und wo sind die Kills gelandet? Bei Freddy Curry, oder? Ja, ja. Es... 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 Es hat leider auch schon einen Kill von dem bekommen. Ja, wie gut. Ja, es geht aber nicht in der Stunde. Es wird sogar Schaden machen. Boah. Schöne die App. Sollte ich mir selbst die auf Yasuo kaufen? Und ich bin mir da unsicher gerade. Ich bin mir da auf Yasuo. Ja, hier kann der Richtige sein. Ich hole mich nicht gut. Ich hab gesehen, der hier auch Gold... Ne, Platin aber Gold oder Silber oder so. Hat da damit nichts zu tun. Oh, boy. Ja, klar, boah. Es gibt halt zwei Arten von Shacos, die Shacos die Übel auf die Fresse geben und die Shacos die auf die Fresse kriegen, ne? den Astrid kann ich nicht machen, der macht zu viel Schaden ZNM ist Played jetzt Ok, Bulli und Pocki wollen wieder nach unten Ok, die kommen nach unten Ok, ok Juhu Ok, was hast du vor? Komm, die kommen, die kommen Oh oh Komm Baby Girl, wir hauen ab Und die Reel feedet wieder rein Dann macht wieder das, was am besten kann Lebe! DDoS-Theorie Gegen mich Ich hab mich gechased wie so ein Affe, Alter Das Gameplay von meiner Seite aus ist grad nicht so toll Boah Jaaaa Immerhin Alter, wo bist du Junge? Ich hab den SW gekillt, was willst du von mir? Ich hab die beiden hier nicht so ran bisschen so gelockt Ja, sehr schön Hat auch geklappt Wunderbar Sowas gefällt mir doch Ja, wo kriegst du einen entspannten Report? Entspannt? Können wir machen Wurste, dass ich im Tribunal bin? Ich bin das Tribunal quasi Achso, ne Ich bin Nordkollil, sublime Lieder Ja, der konnte immer perfekt, Alter Ja, der ist in dem Moment gesprungen, Alter Ja Ja Aber egal, solange ich lebe Wow Voll Der Damage Ich war schon immer gut im Fangen von Ultimates Dennoch Oh 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 Beschwer dich noch einmal über meinen Condemn, du Missgeburt, Alter Beschwer dich noch einmal über meinen Condemn Eintaggepille bekommen, ne? Deri, beschwer dich noch einmal über meine Condemns Die haben dir grad den Arsch gerettet, Alter Ja, ja Ja, ja Noch einmal, mate Und dann Lass beim nächsten Mal sterben Ich mein, mach ich sowieso, aber Warte, Mikael's Gibt's noch irgendwas, was wir damit wegmachen können? Entfernt alle Betäubung, fester Spots, Furcht, Verstummung und Versammung Auch Wohlibeer Die haben auch noch Wohlibeer Die haben Wohlibeer auch noch Und Ilaoi auch noch Ich würd euch empfehlen, ähm Ähm Hier Dings zu nehmen Ich kann auch CSS kaufen Ja, genau Ja Aber Mikael kann nur 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 gegen wirklich, äh Gegen, irgendwie so Wenn der Kistoll drauf hat oder sowas nicht mehr, ne? Das passiert nicht Weil CS, äh äh Chris Silver Scheibe aber schon Ja, das geht Dann hol ich mir die Ich brauche mal euren High-Indo-Rat Easy Was für Eitems kommt nach KDU? Soll ich mal Hydro um? Nein, äh Bt 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 A Bt 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 champions noch guter fällen baut man zeit wird auf ein chor ist aber ich würde es nicht mehr bauen wenn es nicht bauen muss das ist meine meinung die der jahre wachsinnung wurde online ja dauert ein bisschen wieder da ich kann nicht ich kann ich komm schon das will ja das ist der save kein ist live wo der hat mich der wollte mich gehen habe das noch gesehen hätte ja das habe ich mir gedacht also ich hatte rocko du wirst nicht so ein arschloch sein das zweite stück wo ich fast ein pender mit werden machen der feite aber wird gut funktioniert ich muss gerade zurück ich hole mir in findet jetzt schon ist der boy wieder am stil können die erfahrung das ist deiner quasi habe ich gott herz klopfen meisterien jetzt lauf ich komme ich komme ich komme ich renne ich renne ich komme am start du bist du bist doch klar genau deswegen nicht ich bin tot ich schild und eine sekunde cool da junge fizz hat kein fizz kein flash keine old keine knight also hat gar nichts mehr was habe ich gesagt ich bin ich selten neu da kommt er wollen von vier Leuten ich glaube die würden gern pushen aber da sind ja zwei turrets ne oh der eeg starlight 137 junge jana main leute bitte main natürlich hat ult gedrückt hat was baue ich jetzt als nächstes bin mir grad unschlüssig ich überlege ob ich vielleicht erst noch ich würde eigentlich lieber noch ein bisschen lifestyle bauen ich frage mich aber ob ich blut das da bauen soll oder ich baue mir dieses mercurial schimeter also krumm selber das kann ich auch könnte ich wirklich machen dann hätte ich das ging fürs und da habe ich auch ein ein bisschen weiter hier gerade bria ich gehe ich spawne ich bin wieder tot oh kennt man sich ja ja toll uh fuck aber der SW macht zu viel schaden alter mate was hat das für ein schild gerade? porcos achso ich dachte nicht dazu what the fuck was ist das für eine barrier die barrier des todes die barrier des todes ich finde barrier ziemlich geil als Ziel auf Adi Calvin nicht so ne nicht mehr damals war es so ein meter Season 3, 4 Anfang und dann ab Mitte Season 4 hat Ziel angefangen ja aber Barrier ist doch mit Mitte finde ich Barrier geil Mitte mit Vega und Heimerdinger und Timo Oriana ja Oriana auch das Spiel ist nicht die Fußball ist doch mal ein ich bin mit Mitte meinten Luke zwar doch keinen barrier den kann einfach knight nehmen die anhören eigentlich nicht richtig natürlich ich gehe jetzt persönlich auf Luke auf Zyra mäuch die die spiegel wer spielt noch saira mit länen boi ich oh boi nächste aufnahme shotgun rocco spielt Sarah mit lane Geil, der Grom ist der Beste, der Boy macht einen Vayne Panther und kann keinen Grom killen, alles klar. Oh ja, dann geht's noch ein bisschen unter Zoll, weil wir müssen uns jetzt mal auspacken Ja, richtig. Oh, hey, Madela. Hilfe, muss flaschen. Ja, dann kann man doch machen. Ja, ich würde gerne, aber... Der Wirbelwind getroffen, das wäre geil gewesen. Ach so, hat's kein Ulti? Doch schon, aber ich wollte nicht rein. Ach so, hätt's ja mal machen können. Wir waren direkt bei dir. Ach super, da wäre ich wieder gestorben. Ja, ja, aber dann hätten wir die gehillt. Ja, aber wir dachten, wir dachten, du hast uns mal gewöhnt. Das ist echt so. Nur zwei Würfel mit mir, gell? Die müssen def, wir können einfach mal was machen. Äh, Baron. Ja, dafür sind die zu schnell. Ja, ja, ich würde def, aber die Daumen machen und dann... Ja, wenn wir die Daumen machen, können wir auch finishen, dann brauchen wir keinen Baron zu machen. Das Fiss, das Fiss, das Fiss. Nice. Ich push weiter. Wolle Bär, Wolle Bär. Wolle Bär, okay. Ja, der kann mich nicht killen, dafür kann ich den zu heftig. Oh, scheiße. Nice. Nein! Last one. Wanda. Nice. Ha, Jenna's stance. Ich geh einfach auf Tower wenn ihr euch mit der Poppy rumärgert. Objektiv. Objektiv, fast, play. Easy. UFP. Jetzt können wir echt Barrel machen. Ja. Weil die jetzt In-Hip defen müssen. Den hab ich extra gemacht für euch. Dieser Yasuo. 2-12-7, aber er macht die Calls. Du bist quasi unser High. Performt nicht, aber die Calls kann er. Jetzt muss ich ganz, äh, Alter hat immer wie selber lachen, ey. Darfst du nicht. Und jetzt B und dann rein. Einfach rein. Danke, danke. Und rein da. Oh, bam. So. Jetzt hab ich mein QSS und dann kann's abgehen. Wie schnell bist du? Roco. 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 Wie schnell bist du? Sag mal ehrlich. Fisch. Feta, der heißt Feta. Kann ich mit der Quicksilberchef eigentlich auch Poppys stunnen? Hm. Ja, du kannst alles in die Wand machen. Ja, du kannst auch das abblocken. Geil. Ja, du kannst auch das abblocken. Wenn du gegen wenigen spielst. Dagegen was anderes. Du kannst das hochwerfen und ihn, glaub ich, abblocken. Von Huliger. Ne, du kannst keine Knock-Ups abblocken mit gar nichts. Achso, okay. Boah, zerstört. Und jetzt rein. Jutiii! Jutiii! Boah, yo. Okay, den Fight haben wir echt schlecht gespielt. Jetzt kommt Chaco, jetzt kommt Chaco, jetzt kann's losgehen. Jetzt geht's rein, jetzt geht's rein. Boah, wie viel das sieht man, Chaco ist richtig stark. Oh ja, wer der gut im Game ist. Den haben wir jetzt rausgecarried, der Pfeil. Boah, das muss ich jetzt weg, das geht. Nein! Boah, das war unlucky, egal. Okay, ich hätte früher geflasht, egal ob es Teamfax ist oder nicht. Ja, egal, der hätte mich eh gekillt wegen der E, aber egal. Ne, ich weiß, aber der hätte mich auch ohne Ignat gekillt, meine ich. Aber egal, der Teamfight war wieder okay gespielt von mir, aber... Ich hätte mir rausgeklärt, ich hätte mal Botwell. Aber schöne Ulti, Derry. Nein, es hat einen getroffen, glaube ich. Echt? Es sah aus, es hat so mehr getroffen. Ja, ich weiß, dachte ich auch, und dann hab ich überlegt, ich hab da nur einen getroffen. Null. Der macht aber nicht Ignat weg, oder? Was? Der Rumsäbel, das wär aber OP. Wird so OP. Okay. Ich glaube, ich baue jetzt mal das letzte Lot, wirklich laut Dominiks, Alter. Ja, was? Gegen, gegen Poppy und Voli, ja. Ja, ja, ja. Ich wollte aber lieber erst die Quechselverschärfe ausbauen. Mach das mal. Hab ich jetzt. Was? Da hab ich noch mehr Schaden an den Tanks mache. Und ja, ich schnell push die Minions, komm nicht mal hinterher. Also, äh, unsere Minions. Sollten wir vielleicht groupen, oder so. Ja, ich spring push das erstmal, und dann, ja, das SRL. EZGL. Pfff. Alle kommen, wo wir losgehen. Weil sonst wird unser Schako, fängt nämlich langsam an, Uselist zu werden. Weil der halt zu schnell platzt. So bekam ich nicht allzu viel CC. Ah, 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 ah. Ja, ja. Genau. White Place. White Place. White Place. Er folgt riesen Tag. Ähm. Na, das war es doch. Ich hole mir... Härtig A. Ich weiß nicht, was ich brauchen sollte. Deathless Blade. Hm. Keine Ahnung. Meinst du? Das hab ich mal gemacht. Das ist stark. Du kriegst dein Leben, Alter, des Todes. Oder außerdem was soll denn Rüstungs werden, denn dich kann keiner nicht so easy ficken. Also, wenn du jetzt keinen hast, der Armour Penetration hat. Äh, ja, keiner von Armour irgendwie drin. Außer dem Ruhl vielleicht. Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht gibt's ja dann ein paar Bops, die das haben. Die sollten mal groupen, die Jungs, ey. Das gefällt mir nicht, dass die ganze Zeit alleine rumlaufen mir. Nur Rokko nicht zu zweit. Mate, bist du serious? Wo, lieber? Kappa? Oh, oh. Ich glaub, du triffst sie. Na, so gut. Könnte ich. Hätte ich Ulti angemacht, hab ich aber nicht. Würde ich auch nicht machen. Ich hab weder Blade benutzt noch Ulti angemacht. Ich wollte eben noch ein bisschen Damage machen. Ja, genau. Damit er dann später erstmal wieder zurückkommt. Und dann ficken wir vier gegen fünf und ja. RIP. So ist es. Ja. Diese Warn-Konstellation hier, alter. Geil. Hier. Hier. Ich bin wieder mal der Aubex-Sender. Wir haben auch gerade kein Objective, was wir wie forsen können. Wieder das Opfer. Doch ist der Bulli ja auch tot. Was? Oh, ich liebe Vayne. Der Champ ist so geil. Ich verstehe, warum alle ADC mains immer so gerne spielen. Oder fast alle. Ja, aber es ist so geil. Irgendwie so scharf, alter. Ja, das ist einfach, wenn man den Champ ein bisschen spielen kann. Ich mein, ich bin nicht wirklich gut mit Vayne, aber wenn du die spielen kannst, selbst mit meinem Skill macht das so viel Spaß, alter. Wenn dir mal ein Outplay gelingt mit Vayne, alter, da hast du so'n Glücksmoment. Weg ist er, alter. Not even close, alter. Boah, wie schnell der stirbt, alter. Ja, easy. Oh, GG. Wie viel. Warte, war ich grad'n GG. Well played, guys. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Lasst ein Abo da. Abonniert den Rocco. Schickt ihm eine Nachricht mit, äh, rest in peace, get well soon. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay. Bye. 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 Bye.